Hey, ciao zusammen. Schön, dass wir hier am Start sind. Ich zeige euch den Woof of the Week. Einmal zeigen, ob wir das euch erklären sollen. Alles klar. Wunderbar. Also, ich erkläre euch, wie das geht. Ein ganz einfacher Woof. Wir nehmen zuerst Anlauf. Wie man sieht, ist mein linker Bein gestreckt. Das Gange runter. Mit dem rechten Arm passen wir wieder in den Rippen hinein. Sobald ich den Oben bin, Knie am Boden setzten und vorne drücken. Und schon haben wir es gemacht. Wichtig ist, nehmen wir den Schwung mit. Und dann läuft das. Schwung. Viel Spaß beim Üben. Vergesst uns nicht zu tragen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.